Ach, geht los, geht los, geht los. Oh, wir sind schon direkt drin. Oh, Inkling. Okay. Und, äh, Youngling. Das sind auf jeden Fall ein sehr interessantes Match. Kennen wir denn Seventeen und Belcampo überhaupt? Haben die überhaupt schon vorgespielt? Nee, ne? Onstream, glaube ich, nicht. Aber es sind auf jeden Fall eine Region für die sehr bekannte Spieler. Okay. Okay. Bebelcampo hat auch nur, äh, hat auch einen, äh, oh, erster Stock direkt. Okay. Äh, Bebelcampo hat sich gerade Seventeen-Testing. Self-Self-Destructed? Er hat sich, ja, er hat sich, er hat sich, ja. Okay. Oh. Also an sich ist er gut. Also er hat mich, er hat mich, äh, er hat mich, äh, ich hab ihn gecursed, bevor ich meinen Satz halt unterbrochen, äh, gesagt habe, halt, im Endeffekt, ehrlich gesagt. Du hast, du hast eine Superkraft, glaube ich. Musst du vorsichtig sein, damit kommt sehr viel Verantwortung. Oh. Diese, diese Farbe, dieses neon-toxische Grün, das sieht halt einfach aus wie, wie so wie von Simpsons, dieser Atom-Müll aus dem, aus dem Atomkraftwerk. Das stimmt. Oh. Oh. War das ein Teamkill? Ja, da ist einfach, äh, ich, Brüderwahrscheinlichkeit, beide, beide haben halt Brankish getroffen, halt, im Endeffekt. Ähm, oh, oh. Das war ab, er, ne? Ja. Okay. Oh, die Bombe gefangen. Und, Herr, der Pee, und. Okay, die Lina hat es für gerade geschefft und sieht nach einem gleichen Advantage für Blake und Chouwer, wenn der Figur aus. Oh, und der Bauchklatscher. Das ist so eine Sache, die bei Doubles unique ist und geht das zu Singles. Ähm, du kannst Sachen nicht einfach safe punishen, weil es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass der, äh, Teampartner einfach da ist und dich härter punishen, als du es gepackert hast. Und, oh, die Daune geht durch. Und da hat die Idee wieder Eid gelauncht. Gelauncht. So, Eid wieder. Das geht, das geht. Ich liebe die Aptik von Eid. Ha, ja. Nee, das ist Box. Ezer. Einfach Mächtebunden. Einfach. Das war, das war eine coole Kombo gerade, aber ich glaube, das war kontraproduktiv. Aber ist, ist die, ist der, äh, Shield, also ist die, die Down-Air von Young Link, launcht die stark? Ja, die an sich launcht die stark, aber ich glaube, das war das Towersport halt im Endeffekt. Okay. Aber, da siehst du es. Sehr gut. Und die Death. Oh, hat Erfahrungssprime der gequält? Was ist das Bedrohliche an Inkling? Also was kann das bei Inkling gefährlich sein? Bei Inkling ist das so, eins gegen eins auf jeden Fall die Kill-Contents, auch so ein Grabson halt ziemlich viel. Und halt muss man theoretisch auch aufpassen, weil die Ink, die ist nicht nur fancy, die erhöht auch den Damage, den man bekommt. Das heißt, wenn man voll gespielt ist, sollte man eher passiv gehen, weil ansonsten kriegt man sehr viel Damage dadurch. Okay, also Inkling kann einen einfärmen. Genau. Ah, das sieht man auch hier. Okay, das sind diese Farbgranaten, die es wirft. Und auch durch die Kanone halt wieder abhalten. Wieder ein Teamfil, ne? Jo. Und die Farbkanone, ja genau. Die Signature-Waffe. Die einzige Art und Weise, einen Ego-Shooter auf die Nintendo-Konsolen zu bringen. Das stimmt schon, das ist schon das Gefühl. Uh, das hat ein Gefühl. Oh Gott, der, äh, Drake hat gejinxt. Er hat gejinxt einfach erst. Wie machst du das? Keine Ahnung. Ich wollte sagen, dass er gut gecovert hat. Warum müssen Leute erst den, wer ich sie loben will. So. Aber Flora in ihrer natürlichen Umgebung. 1v2. Ja, das ist... Beides ein halbes Prozent. Also das auf jeden Fall wünscht er, das, äh, das 1v2 da zu schaffen. Gleichzeitig ist er bei... Oh. Die Spiel ist aber auch wunderschön gerade. Ja. Da waren zicke Follow-Ups dabei. Save the Pokes. Wow. Wow. Das ist das einfach. Wow. Clean. Sehr clean. Kann man nicht anders sagen. Ja. Na, wobei eher, eher sehr bunt. Sehr, sehr, äh, farblich, äh, eingestrüht. So, glaubst du, wir sehen Charakterwechsel für Game Two? Unwahrscheinlich. Ich würde... Sehr unwahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Flora wechselt. Wake ist eigentlich auch... Das sind beides Charaktere, die sozusagen, die eigentlich sehr, äh, sehr an ihre Charaktere hängen. Sehr gerne hauptsächlich diese Charaktere spielen. Das sind sozusagen feste Mainer halt. Average DD D-Main. Ah ja halt, also Break spielt halt, ist halt sehr, ist halt hauptsächlich... Ja, unter... Ja, da sehen wir's. Aber der Ink, zumindest anderen Inkling haben wir jetzt. Ja. Jetzt wird blau geschossen. Der trifft der Inkling. He wants some blue. Oh. Da geht's z.B. raus. Auf jeden Fall, äh... Ja. Ja. Vor allem das Ende. Mhm. Haben sich nicht so nervös machen lassen, wie die anderen Elfen. Ich muss sagen, wie die es verteilt haben. Oha. Und halt, aber Thiel dann auch so... Mit DDG-Karten. Und auf dem Schlag halt. Oh. Oh. Halt mal auf die Center Stage. Ein sehr starkes Gap. Da gerade kommt rein. Ja. Also... Grün ist gerade richtig gut am Dominieren. Boah. Da wären die beiden gerade, äh... Grün und blau geschlagen. Hahaha. Oh. Oh. Direkt. Oh. Direkt von der Edge. Pranisch. Aber gut, dass DDG schwer ist. Also, die kann da... Ja. Kann er echt schwer stellen. Oh. Nein! Schon wieder ein Teamkill. Was geht hier ab? Oh. So... Oh. Äh. Flora und Brake, die denken sich so... Nee. Ihr besiegt uns nicht. Wir besiegen uns selbst. Wie ist da gerade der Yungie gestorben? Ich... Irgendwie... 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 Boah. Die Double Up. Teilweise will das dann... Doubles passieren. Also, ich kann das nicht verfolgen. Wer gehen da manchmal, der im Podomodo hittet. Ich liebe es. Aber gut. Gut, den haben wir noch geblockt in letzter Sekunde. Das hätt schon wieder richtig... Ja. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen, Mann. Ich hab nix gesagt. Oh. Boah, ey. Das ist jetzt die Chance. Oh. Auf jeden Fall, grün immer noch ein Vorteil. Das Möte ist sehr gut gehalten vom ersten Game am Ende. Und ja. Und da ist der Ike Stock. Wow. Genau. Also, die... Ich seh das grün sehr clean ist, was das Finishing angeht. Also, die messen überhaupt nicht herum. Und da war ein guter Perfect Parry. Wie nennt man das? Perfect Flop? Äh, das ist glaube ich schon Perfect. Äh, ich glaub das nennt einfach nur Parry. Aber... Aber das erkennt man an diesen Extra-Partikeln, die da auftauchen, ne? Genau. Okay. Und dann den Flash, die Animation, die da an dem Spiel zeigt. Oh, sehr gut. Sehr gut der Affair. Oh, der hier hat... Absolut. Okay. Und... Oh, jetzt ist gelb jetzt ein Vorteil. Oh, das ist der Hammer. Hammer. Okay. Jetzt müsste es halt nur kommen. Come on. Oh nein. Don't you. Disrespect. Oh. Der... Oh. Oh. Wow. Oh. 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 Der LED. Oh, das hätte so gefällig sein können. Flora hätte echt Backlaren verbrauchen können, Alter. Alter. Der Antling hält sich richtig gut. Das ist wirklich ihr... Ich bin... Jetzt bin ich tatsächlich wieder... Bin ich für den Inkling. Aber ich würde das auch Flora und Brake gönn, damit wir in Game Free sehen. Auf jeden Fall. Ich würde schon gerne Game Free sehen. Weil die... Weil die schon jetzt... Ich hab das Gefühl, die sind jetzt auf der Bahn gelaufen. Oh nein! Äh... Einfach durchfahren. Einfach, einfach tapezieren. Ja. Oh, die Zöl... Oh, da ist es. Der Belly-Flop. Okay. Also das war... Das war tatsächlich gerade ein bisschen unerwartet. Mhm. Ähm... Vor allem nach dem Teamkill schon wieder. Ja. Ähm... Aber ich meine, das freut mich. Freut mich für Flora und Brake. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vor allem für uns, weil wir jetzt ein wunderschönes Game Free sehen werden. Und ich glaube jetzt, wo man so ein bisschen etabliert hat, dass der Skill doch schon ziemlich... Weil du hattest ja gemeint, wir hatten ja eher so eine höhere Skill Gap erst am Anfang. Ja, das war beim ersten Set. Äh... Und hier war ich schon ein bisschen gespannt, wie das wird. Genau. Und... Jetzt, wo das schön etabliert ist, dass das schon doch auf einem... wie im Level ist, freue ich mich jetzt besonders drauf. Ja. Naja... Ich bin auch... Ich bin schon ein bisschen über... Ich bin schon ein bisschen überrascht, auf jeden Fall, dass da... Auf jeden Fall, dass die Double-2-Found da sehr knapp ist. Auf jeden Fall zum Positiven, muss ich sagen. Das fängt schon mal direkt ganz grün gefärbt an. Das sieht man nicht, wie wunderschöner Damage hier ist. Wie zu sein. Zuck. Oh. Oh, Eik ist... Wie? Oh, krass. Wie? Wie? Da musst du echt aufpassen, halt teilweise... Da sterben Leute einfach, ohne wenn man... Oh! Oh! If you can't... If you can't bridge the gap, just... Just yeet him. Ja. Interessanter Fakt, by the way. Ähm... Ich glaub, das ist auch bei DDD so. Und zwar, je schwerer ein Gegner ist, desto stärker ist das Sternprojektiv von... Äh... Ich glaub ja auch, ich glaub. Ich kann mir vorstellen, das ist auch bei DDD. Das ist ja cool. Oha. Oha. Wieder die Combo. Haben sie den Griff. Das klingt... Das ist fast schon trainierend auf welche Leute. Mit dem Javik Down-Air. Boah. Mit der Rowan? Unglaublich spannend. Oh, Gordo-Combo. Wombo-Combo. Das ist nicht Falco. Hahaha. 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 Glückliche Füße. Hahaha. Oh, oh, oh. Hahaha. Hahaha. Das geht doch nicht ohne, oder? Ja. Das ist... Ich hab... Ich hab das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was das Team zurückhält. Das ist nicht gegenseitig da oben. Das sind Liebesbisse. Die zeigen ihre Affection dadurch. Ja. Hahaha. Es macht... Ich muss sagen, das macht... Das macht dich schon ein bisschen sympathisch für mich. Weil das... Das ist so... Wie so ein Comedic Relief. So. Und vor allem, wenn du so einen goofy Charakter wie ich siehst. Oh, was? Ist das so ein Kombo? Nein! Das war schon wieder ein... Hahaha. Ein Kombo gegen den Teammate. Ja. Ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall sehr, wie gesagt. Das Komitieren zuzusehen. Und das brüch... Könnte sein, man. Die Zeit sieht sehr gut für das Team BD-Kampf Fregoedo aus. Muss ich sagen. Jetzt haben wir dieses... Ich will fast gar nichts sagen. Flora hat dann doch mal gelernt, nicht Ike zu treffen. Ike sollte am besten den Stock behalten. Denn ansofern ist es nicht klar gekommen. Ich glaube, das ist so das Key jetzt. Boah. Ja. Okay. Flora sollte den Stock auf jeden Fall sofort verlieren. Damit sie das... äh... ... äh... ... äh... ... verlieren. Okay, gewinnt. Ich hab eigentlich schon was zu sagen. Ach, Flora überlebt, als ich ziemlich gut da hinten bleibe. Ja. Oh. Das war schön. In den... Wie hieß das Ding? Gordo. 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 Wie die Game Engine ohne R. So wie Gordon Ramsay. Also doch Gordo. Ja, Gordo. Danke. Okay. So, jetzt kann das... äh... ... kann die Raffa... Nevermind. Okay. 1v1. Das ist spannend. Nevermind. Oh, sehr, sehr clean. Sehr clean. Sehr gut von Babykampf gespielt. Also definitiv verdient. Definitiv verdient. Definitiv verdient. Sehr, sehr gut gespielt. Auch Young Link hat auch... Man hat auch mal gesehen, dass Young Link DDD immer so richtig gut gejuggelt hat. Ja.